Hey Leute und willkommen zum 20. Adventskalendertürchen. Heute öffnen wir mal wieder 10 Stickertüten aus dieser Stickerbox hier von der dritten Staffel und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal an. Im ersten Tütchen haben wir hier einmal Ludmila, Camila und Francesca. Hier haben wir einmal Jade und Matti, Fede und noch einmal Camila und Francesca. In der zweiten Tüte hatten wir hier einmal Leon und Violetta, Diego, dann haben wir hier einmal Pablo, Violetta und Francesca und als letztes Ludmila. Im dritten Tütchen haben wir hier einmal Fran, Marco und Andres mit Maxi. Dann haben wir hier einmal Hermann, Violetta, Priscilla und Ludmila, Francesca und Diego. Nun haben wir hier einmal Angie, Marco, Matti, Violetta und Leon und einmal Fran. Nun haben wir hier einmal Violetta, Ludmila mit Nati, noch einmal Ludmila. Dann haben wir hier wieder Ludmila, Nati und Wilu. Und als letztes haben wir hier einmal Jade. Jetzt haben wir hier einmal Fede, Violetta, noch einmal Wilu. Dann haben wir hier ein Teil von der Show mit Violetta und Ludmila drauf. Und als letztes haben wir hier einmal Gregorio. In dieser Tüte haben wir hier einmal Andres, Wilu und Fran. Dann haben wir hier nochmal Violetta und Francesca, Violetta. Und als letztes einmal Ludmila. Hier haben wir wieder ein Glitzersticker, diesmal mit Fran und Diego. Dann haben wir hier einmal Jade, Olga, Fran und Camila. Und als letztes einmal Priscilla. Im vorletzten Tütchen haben wir hier einmal Maxi, Hermann, Diego, nochmal Diego und einmal Hermann. Und im letzten haben wir hier einmal Violetta, Marco, Hermann und Priscilla, Fede. Und als letzten Sticker haben wir hier einmal Violetta. Und ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.